Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stilmin, heute wieder mit einer Spielerkarriere-Video, ja, und zwar mit Kaiserslautern wieder, äh, ist schon länger nichts mehr gekommen, ich weiß, ich seh hier gar nicht, ob da, ne, da ist kein roter Punkt hinter mir, aber hier bei Aktivitäten, äh, Lisambu, ne, was gibt's denn hier noch, kaufe ein Trampolin, nö, E-Sport-Team, Preis 50.000, geschätzte Einnahmen 58.000, Bedingungen nicht erfüllt, ey, warum kommt denn da ein roter Punkt, wenn, äh, ich versteh das nicht, hab ich irgendwie, ne, Skill-Punkte hab ich keine, glaub ich, okay, dann gehen wir hier mal weiter, ganz schnell, oh, gegen Leipzig, uh, Äh, laudern, muss ja gegen Leverkusen ins Finale, im Real Life, boah, Training, keine Ahnung, machen wir irgendetwas, Abwehr, passen, Schuss, Mauerknacker, Schusslinie, Dribblingsschuss, Dann machen wir, passen, was gibt's denn hier so, Flankensitzung, wahrscheinlich muss ich da Flanken üben, Hier machen wir, ich Ansturm, sammle die Trophäen ein, Ansturm und schwierige, äh, Ballkontrolle, äh, Kontakte, Dribbling, Labyrinth, komm, machen wir das, simulieren alles, da kommt immer D, Okay, so, Spieltag, jetzt bin ich mal gespannt, gegen Leipzig, eieieiei, was, du hast mindestens einen freien Spielstilplatz, okay, let's go, gegen Leipzig, in Leipzig sogar, meh, nein, da bin ich jetzt mal gespannt, äh, erreicher eine Spielerwertung von mindestens 7,5, erreicher ein Team, bald ist jetzt Quote für 55%, erreicher eine Flankenerfolgsquote von mindestens 30%, komm, wir machen das mal, ich weiß es nicht, Willkommen zu diesem heutigen Spiel, am Mikrofon für Sie, wie gewohnt, Vollfuß und Frank Buschmann, schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind, so, auf geht's, ich würde ja gerne mehr Videos bringen, aber manchmal geht das halt einfach nicht, so, anstatt Kebab-Simulator, Kebab-Scheißdinger, äh, kommt heute hier, das hier, dann eher gebremst, und dann kannst du eine Überraschung geben, irgendwas muss er willig erbringen, äh, warum will ich einen Spieler auswendig steppen, ich bin ja auch so dumm, das hätte gefährlich werden, so, komm, abgewährt, oh, 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 das lautangreift heute zu dieser Aufstellung, komm, spiel, Ritter, Ritter Sport, der Ballgewinn jetzt, ah, nee, ich falle hier einen Ball, abseits, fck, auf ihm könnte es hier heute ankommen, er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er hat, Bradley, oh, 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 oi, oh, oh, weißen dies reingelegt was machst du da team muss werner Klappe Schaberschlager spielt überhaupt noch in Leipzig die Ecke kommt wo Becker mit dem Ball erst mal Ballverlust gefährlich der Steilpass steiggespielt gegen Leipzig Grüße gehen raus an ihr wisst schon als geiler natürlich aber ich glaube nicht dass er das guckt Terence Boyd spielte auch schon nicht mehr in Laudern naja egal das wollte ich jetzt eigentlich nicht 50 K die schnarchen hier nein das wollte ich gar nicht ja ich bin doch auf meiner Position du Lappen gucken ob wir hier Leipzig rausschießen können Gutes frühes stören gleich ist Pause in diesem Spiel in dem die Gäste hier im Moment knapp vorne liegen sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung schade 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 sie haben das immer mehr im Griff sie wollen heute den Sieg und das kann auch klappen oh spielt doch Feuer nach der Pause so weiter so sie kommen sie greifen an und jetzt schauen sie wo sind die Anspielstationen den Ballentschärfter ganz locker der spielt oder ist das ein zweiter wort gibt abseits ist völlig klar aber das hätten sie von abseits was ist abseits kommt ist niemand mehr im abseits diese Geduld musst du natürlich haben sonst kommt sowas dabei raus so eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf komm bleib hier bleib bei Papa ach okay wir gehen mit 1 zu 0 in die Halbzeit schon mal nicht schlecht ich habe die Vorlage gegeben das schon mal prima so wir überspringen das mal mal fortsetzen wir wollen ja nix in die Länge ziehen hier lebt sich lobt sich lobt sich steht über bleibt sich in der Tabelle ich weiß das kann ich in der Bundesliga hey Werner was machst du da eigentlich hier noch spielt zwar woanders das ist ein zweites shop hier bei leipzig komm mach auch kleiner lappen du lappen Timo Swerner Schaber das ist ja noch die Mannschaft von der letzten Saison Klasse da kommt ich oh 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 die Fans geben alles die wollen den Ausgleich wo bin ich denn hier da da komme ich öh jetzt ist der Ball geklärt sieht nicht ungefährlich aus jetzt vielleicht der Konter sie spielen steil gefährlich gute Idee dieser Ball der macht den Fass aber nur Fass im Augenblick ich mich denn auf den auf den Hosenboden der war gar nicht schlecht nicht nachlassen das kann natürlich gefährlich werden ich mache Ecke oh ein bisschen weit zu weit weg oh schade 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 ich habe nur 8,5 warum greift die denn nicht an ich verstehe also nicht dass sie dann immer vor der Abwehr stehen und dann nichts machen das siehst du auch immer in der Bundesliga oh oh hat genauigkeit gefehlt ja wenn er besser zielt ein bisschen weniger wenn er besser zielt er soll er sich ein Zielfernrohr an den Fuß machen oder was oh hier Chavis Simmons ich bin schon ob der noch bleibt ja spielt doch zu mir Sima Khan äh ach würden die anderen mal mitmachen die Mitspieler bieten sich an das könnte sein aber bedämmt oh 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 geht drauf das war eine gute gelegenheit sie bringen den hohen ball mitsch ist hier immer noch ball ball nach hinten gespielt ja gegen leipzig jawohl ja er hat sich ja rausschießen ja aus dem DFB-Pokal starke Aktion der Stürmer macht ein Tor sehr schön 9,9 und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen komm greift da an ja und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff oh was treibt ihr denn da die Gäste führen ja klar wir sind mittendrin in der Schlussphase die machen das gut machen das clever zwei Tore Vorsprung haben sie sich erarbeitet haben sie sich besser gesagt erspielt und das ist aus meiner Sicht eine wirklich verdiente für oh weiter diese Szene Vorteil aber nun lautet die Entscheidung ach ja gelbe Karte ich glaube schon das war gelb sehe ich auch so absolut vertretbar beschweren nee nicht vertretbar nicht vertretbar der Ritter geht raus oh ja regulär sind es hier noch drei Minuten äh ja komm ich spiel doch verpisst euch von mir yeah klasse Tor zwei Tore und eine Vorlage sehr schön so gefällt mir das das ist schon überragend wie er einfach Dreckskarl hier Kopfhörer Karpel ja wir können sich hier weiter absetzen mit diesem 3 zu 0 so gleich aus 3 0 da passiert nichts mehr FCK zu stark für die Leipziger wir können es nicht einer sagen sie stehen damit in der nächsten Runde und ich glaube nein ich bin überzeugt es ist auch verdient alle aber wirklich alle hatten sie für den Außenseiter gehalten und das war ihnen immer wurscht sie haben ihr Ding durchgezogen und sich genau wir haben unser Ding durchgezogen zwei Tore eine Vorlage erfolgreiche Pässe 10 zurückgelegte Distanz 13,2 Kilometer sehr schön ich habe mir das 3 Skilpunkt bekommen weiter dann lösen wir die mal ein die Skilis spielerentwicklung wo machen wir die hin was brauche ich denn hier was das hier weitschüsse ok das hier jetzt habe ich noch ein effe Übersicht da brauche ich zwei Skilpunkte es reicht leider noch 2 1 dann machen wir es so dann machen wir es so dann gehen wir wieder hier zentral oh oh habe ich hier auch einen Punkt nein ich muss mich mal ein bisschen drehen ich sehe das nämlich nicht ob da ein Punkt hinten dran ist bei Neuigkeiten aber wir können hier trotzdem mal drauf gehen Stürmer erzielt Doppelpack beim Laudern Sieg gegen Leipzig der formstarke Stürmer führte der führte FC Kaiserslautern mit einem Doppelpack zu einem 3 zu 0 Sieg gegen RB Leipzig yeah man Leverkusen 3 zu 2 gegen Viktoria Köln A Stürmer in Topform yeah Vereins News DFB Pokal Rückblick RB Leipzig gegen Kaiserslautern Kaiserslautern hat den Sieg in seinem letzten Spiel des diesjährigen DFB Pokal Wettbewerbs mit einem 3 zu 0 für sich entschieden in einer nervenaufreibenden Partie in der ihnen vorher kaum Siegchancen eingeräumt wurden schafften sie es sich gegen ein offensichtlich demoralisiertes RB Leipzig Team durchzusetzen das sich doch allerbeste Chancen ausgerechnet hatte hier Transferfenster geschlossen ok perfekt Aktivitäten ach ich weiß nicht was das soll hier oh gute Spielleistung klopfe dir selbst auf die Schulter lobe deine Mitspieler knie dich weiter rein klopfe dir lobe die Mitspieler knie dich weiter rein bedanke dich für die Anerkennung aber weise darauf hin dass du weißt dass du dich weiter verbessern musst genau genau so ich habe jetzt 18.950 Euro einen Agent was will er was will der denn hier dein Weg Empfehlung ne aktueller Vertrag keine ahnung was er will mir war egal so training gegen Hansa Rostock gleich aber das hier dann machen wir standart flanken in den straffraum jawohl das machen wir und wir machen gibt es da noch mehr oder ist das naja schuss ne standards hatten wir schon abwehr könnten wir noch irgendwas machen was heißt das hier äh abwehr szenario neuling oder was ok kommen wir das mal wieder spiel tag ich bin wieder in der startelf ja warum auch nicht mit der form jawohl in laudern gegen Hansa Rostock wir überspringen das hier mal so erreiche spielerwertung von mindestens 8,5 rollt dir bald bis jetzt mindestens dreimal zurück das werden schon wohl schaffen oder dreimal wir versuchen es sehr dass sie sich heute für dieses spiel entschieden haben und bei uns geht es am heutigen tage um ein spiel in der zweiten bundesliga könnte ein riesen spiel werden könnte ich wollte schon sagen alle Hansa Rostock hier in führung gehen bitte da steht keiner okay klasse der erste fc kaiserslautern greift heute zu dieser aufstellung so geht Hansa Rostock in diese partien 9 nein nein ich habe verpasst die mannschaft mit der besten abwehr wenn du mit der besten abwehr in so ein heimspiel gehst dann ist das natürlich eine ideale voraussetzung für den erfolg ist alles dicht gut gedacht wir können dann in aller ruhe das schade so kommt schon kommt schon macht ungefährliche aktion kein problem für den torwart okay so ritter mach doch noch steht sie unentschieden aber sie waren viel druck da ist die chance da sind sie mit dem frühen stören erfolgreich das sieht gefährlich aus oder schießt nein was wir können hier komm schon ja jetzt nicht verlieren der man ja mit viel einsatz ball gewinn was ist doch nicht wahr oder was machst du man hast doch gesehen dass ich da unmöglich sie verlieren den ball ja ja ist vielleicht die führung jetzt strammer schuss schade schade mit e pass wird abgefangen bringt den ball jetzt in die mitte uah arre arre macht und ich springe auf seinen rücken yeah schreite auf seinem rücken können die kugel wunderbar mit dem kopf das ist technisch vor allem sehr gut gemacht bei besitzt ist weg sie bauen den angriff gut auf die chance hier gehalten kolke heißt haben die einen Torhüter mit Kolke heißt super reflex ecke kommt lang erstmal keine gefahr mehr gut gelöst weiter am ball ab er findet kein mittel alles war das treiben nieder was treiben nieder ah 0 0 1 zu 0 man ich komm ich auf 0 0 1 zu 0 für mehr fortsetzen so weiter geht's wir gehen rein in 2 treibt jeder treibt jeder pass wird abgefangen yes sehr schön 2 zu 0 hypermotion das gucken wir uns mal an sehr schön schönes Tor gibt natürlich noch schönere aber hier steht es 2 zu 0 sieht alles ziemlich gut aus aktuell ja wartet ein moment ganz wichtig das machen die da ich verstehe das nicht verstehe das nicht ich verstehe das nicht was für ein ding was was die jahre dies bleibt sicher in diesem zweikampf das war nicht zwingend genug den hält er sicher so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren klasse aktion die gelegenheit da ist er aufmerksam gut vom tor ach beuth junge und jetzt wollen sie wechseln güler güler hier jetzt komme ich wieder drauf ich habe vorhin einen oracle aufgenommen da habe ich überlegt wie der nochmal heißt der von rea madrid der junge da der heißt ja ader güler habe ich süler gesagt im im oracle schön dumm ach da ist der ball jetzt weg ja 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 komm mach noch sind hier 20 minuten zu absolvieren nein nein durch beist das gibt aber vielleicht auch eine verwarnung ich bin das nicht ich wollte gerade sagen werde ich ausgewechselt ja mach sehr schön ach wir schauen uns die wiederholung nochmal an er zieht er an seinem mann vorbei und dann dieser wuchtige schuss da gibt es am ende nicht schön gemacht ich habe eigentlich schon ich habe eigentlich schon taste gedrückt dass er mir abspielt aber er hat sie trotzdem gemacht ja was ist denn hier sollte ich zugucken wir so noch zehn spielminuten oh boy geht raus und sie können klären ich stehe auf stehe auf ritter jetzt wäre der platz auf außen da oder werden sie doch noch gestorben nein engelbert strauß schön wie sie da die offensive unterstützen fck was sehr jahre wäre die chance gewesen aber leider nicht komm mach schade 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 na natürlich was hast denn du gedacht so wir gucken ob ich noch mal diesmal habe ich keine skill punkte bekommen aktivitäten verfügbar in 13 tagen verfügbar wie ist ein buch ja okay ich bin zwar lesen wofel aber egal da lesen wir halt ein buch steht hier irgendwas von mir drin ach erzielt doppelpack beim ladern zieh gegen rostock meiste spiele ohne gegentor spiele ohne gegentor fünf stück ja moin ja dann würde ich sagen war es das mit dieser folge ich hoffe euch hat sie gefallen wenn ja gebt ein dörfchen nach oben und ja falls ihr noch kein abonnent seid wäre ich froh oder würde ich mich freuen wenn ihr kostenlos in ein abo da lasst und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und auf wiedersehen bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal